Ja, wer fehlt uns da noch an Reaktionen nach dem US-Außenminister? Ist klar, der Blick nach Washington in die Hauptstadt zu unserem Korrespondenten Elmar Theweson. Elmar, wie erklärt die US-Regierung außer diesen paar Sekunden, die wir eben gerade gesehen haben, denn generell diesen Angriff auf Soleimani und gleichzeitig ja auch diese Eskalation mit dem Iran? Ja, es ist so eine Art Theorie der Notwehr, die hier gezogen wird, auch von Außenminister Mike Pompeo. Er hat sehr klar gesagt, dass eine Attacke, eine weitere Attacke durch den Iran unmittelbar bevorgestanden habe, dass davon nicht nur die Iraker getroffen sein könnten, sondern auch Menschen in anderen Ländern hätten getroffen werden können von diesem Anschlag, der da genannt wird und eben auch Muslime davon betroffen sein könnten. Er gibt keine weiteren Details. Es lässt sich bisher nicht nachweisen, dass tatsächlich so eine Attacke unmittelbar bevorstand. Aber die Regierung steht jetzt natürlich hier unterm Druck, da noch eine Menge von Details weiterzugeben, auch dem amerikanischen Kongress zu erklären, ob das tatsächlich so war, dass unmittelbar ein Anschlag durch den Iran bevorstand, an dem oder für den unmittelbar auch Soleimani verantwortlich gewesen wäre, an der Vorbereitung beteiligt gewesen wäre. Ich bin gespannt, ob die US-Regierung dafür Beweise vorlegen kann oder ob es darum geht, um einerseits zu rechtfertigen, warum man diesen Schlag jetzt gemacht hat und andererseits aber auch nicht dahinter zurückzugehen und klar zu machen, nach außen hin, es war notwendig, den Strippenzieher für Terroranschläge, für Gewalt, für viele Dinge, die in der Region in den vergangenen Monaten passiert sind, zur Verantwortung zu ziehen. In diesem Fall mit einer gezielten Tötung und das ist im Arsenal der USA sicherlich eine von den drastischsten Maßnahmen, die der US-Präsident ergreifen kann. Ja, apropos US-Präsident, der hat ja auf Twitter eben schon geschrieben, Soleimani hätte schon vor vielen Jahren getötet werden müssen. Und tatsächlich war ja die Tötung Soleimani ist ja schon früher ein Thema. In der US-Administration offenbar haben sich sowohl George W. Bush als auch Barack Obama dagegen entschieden. Wie sind jetzt die Reaktionen in den USA? Ja, hier in Amerika, ganz besonders natürlich im Kongress, gibt es eigentlich geteilte Reaktionen. Allen voran die Republikaner, die den amerikanischen Präsidenten stützen und sagen, ja, in der Tat, das war längst notwendig, man darf sich vom Iran nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Das ist eigentlich salopp gesprochen, denn in Wahrheit ist es ja so, dass in den vergangenen Monaten der Iran massiv das Atomprogramm weiter vorangetrieben hat, dass der Iran verantwortlich ist für Gewalt und Anschläge quer durch die Region des Nahen Ostens, darunter eben jetzt die jüngsten Attacken, bei denen ein amerikanischer Staatsbürger auch getötet wurde, auch die Erstürmung der Botschaft. Also die Republikaner stärken den Präsidenten in Rücken. Und auf der anderen Seite sind die Demokraten, die sagen zum einen, ja, Herr Soleimani ist ganz klar ein Terrorist, ein ganz Schlimmer und er hat den Tod sicherlich verdient. Gleichzeitig machen sie den Spagat und sagen, ja, aber hätte der Präsident das gedurft? Also hätte er nicht vorher den amerikanischen Kongress auch die Demokraten da informieren müssen? Dafür gibt es tatsächlich die sogenannte Gang of Aid. Das sind eben Abgeordnete der Geheimdienstausschüsse im Senat und im Abgeordnetenhaus, die normalerweise über so etwas vorher informiert werden, um sicherzustellen, dass auch der amerikanische Kongress, sprich die Volksvertreter, ein Wort mitreden können bei solchen Dingen. Denn es steht ja eine Menge auf dem Spiel. Wenn der Iran tatsächlich massiv reagiert, dann könnten wir uns innerhalb weniger Tage in einem großen ausgewachsenen Krieg befinden, der nicht nur die Region selber betreffe, sondern weit darüber hinaus. Denn der Iran ist über die Al-Quds und die Revolutionsgarde, aber auch über die Hezbollah, eine Terrororganisation, die eng verbunden ist mit dem iranischen Regime, in der Lage weltweit von Asien über Europa bis nach Mittel- und Südamerika auch Anschläge zu verüben, weil sie ein Netzwerk von Untergrundzellen, von Terrorzellen dort betreiben. Ja, und vergessen sollte man wahrscheinlich auch nicht, dass es dieses Jahr ja auch Wahlen gibt in den USA. Elmar Thebesen, vielen Dank Ihnen nach Washington. Wir werden sicherlich auch nicht das letzte Mal gesprochen haben über diesen Sachverhalt. Vielen Dank Ihnen.